Hey und herzlich willkommen zu diesem kleinen Livestream-Ankündigung, der heute stattfinden wird. Ich habe geplant den Livestream für das neue Microflitsplay, das auch schon einen Namen hat. Den werde ich auch hier gleich sagen, hier Bescheid zu geben für den Livestream. Ich werde hier so ungefähr so mit dem Livestream so ungefähr so um 20, 20.30 Uhr beginnen und dann vermutlich hier so, je nachdem wie viel Lust ich habe, entweder bis 22 Uhr oder vielleicht bis 22.30 Uhr hier vielleicht streamen. Natürlich werde ich hier das alles auf YouTube machen und ja, ich freue mich, dass ihr kommt. Bin gespannt, bevor das der Start des neuen Minecraft Let's Plays hier auf der Playstation hier natürlich, würde euch freuen. Und ja, jetzt kommen wir erstmal zu dem Namen des neuen Minecraft Let's Plays, das wir hier haben, das ich starten werde. Es heißt nämlich Minecraft New Adventure. Ja, wir sehen uns dann im Livestream und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Commander Meg unterstrich ade. Aktivite Glocke, um ihr könnt es mal in weiteren Videos verpassen und ja, bis zum nächsten Mal. Und möge die Macht mit euch sein. Servus.